Mein Name ist Fatih Ustlu, ich bin 31 Jahre alt, bin in der Stadt Ahlen aufgewachsen und bin Lehrer in den Fächern Mathematik und Türkisch. Wir kandidieren für den Ahlener Integrationsrat. Dieser ist wichtig, um die Belange der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Ahlen wirkungsvoll zu vertreten. Am 13. September 2020 ist es wieder soweit und der Rat wird neu gewählt. Unterstütze den Ahlener Integrationsrat und gehe zur Wahl für ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Deine Stimme zählt. Mein Name ist Metin Artes, bin 42 Jahre alt und in Ahlen geboren. Wir als Vertreter der Ahlener Integrationsliste möchten eine Integration beitragen, indem wir die Brückenfunktion zwischen Migrantinnen und Migranten und Verwaltung übernehmen. Unser Ziel ist es, die Interesse der in Ahlen lebenden Migrantinnen und Migranten in der Öffentlichkeit Politik, Verwaltung zu vertreten. Mein Name ist Burak Kotsch, ich bin 28 Jahre alt, ich bin in Ahlen geboren und in Ahlen aufgewachsen. Ich arbeite als Lehrer an einer Hauptschule und kenne die Herausforderungen der Schülerinnen und Schüler. Wir als Ahlener Integrationsliste möchten uns insbesondere für die Bildung der Kinder engagieren. Für eine Stadt, in der wir zusammen Zukunft gestalten können. Lütfen Uyummeclis seçimine katılın. Sizlerin oylarına talibiz. Bizleri destekleyin. Teşekkür ederiz. Oylarınıza talibiz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017